Hey du, bist du auf der Suche nach einem absolut genialen und fantastischen Kanal? Ja? Nun, dann bist du auf meinem Kanal Fehlerplatz. Ich glaube nämlich nicht, dass es irgendeine Person auf dieser Welt gibt, die Need for Speed Most Wanted so schlecht Auto fährt, wie ich es tue. Naja, wie dem auch sei. Mein Name ist Tobias, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg und mache YouTube mittlerweile schon fast ein Jahr. Auf meinem Kanal wirst du allerhand verschiedene Let's Plays sehen und Commentaries. Genannt Themen-Talk. Das sind Commentaries, bei denen ich mich über irgendwelche Themen aufrege. Zum Beispiel über Mitläufer oder so etwas. Wenn du willst, kannst du immer vorbeischauen. Also, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und ciao.